Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play. Dragon Ball Z, Budokai, Tenkeishi 2. In diesem Part haben wir Schicksalsbrüder abgeschlossen und fangen jetzt mit der Schöner Verrat... Was wäre wenn Saga ein? Level 3, die Saga von Sarbon. Schöner Verrat. Sarbon hat sich aus der schrecklichen Kontrolle geholfen und begann seine eigene selbstverständliche Reise für eternalen Schönheit. Sarbonne-Pursuit von Schönheit weiß nicht mehr, und als Ergebnis wird sein Sein-Destin immer wieder geändert. Porunga, Erscheine. Los, Erscheine, Porunga! Tell me your wishes. I shall grant any three. Okay, ähm... Äh, was ist Plan des Meisters? Nach Abbruch Z-Suche ist Anwesung des Genes einmal langsamer Geschwindigkeit. Zur Objektfusion, ja super. Drachenkraft. Komm. Das... Geschwindigkeit plus 15 richtig gut. Und Key plus 15 her damit. For a simple matter. I shall grant this wish. You are the best. Thank you. Dankeschön, Porunga. Tschüss. Da gehen unsere sieben Dragon Balls wieder dahin. Jetzt haben wir zweimal Shenlong gesehen. Einmal Porunga und einmal... Einmal Shenlong und einmal den Porunga. Okay, westliche Ebene. Dieser Stuhl. Ihr knackst so sehr. Als Dodoria staggert, caught off guard by Gohan and Krillin's Attack, Sarbonne kam zu seinem Rescue. Dodoria, warum in der Welt sind Sie mit diesen Rumpen? Aber, Sarbonne, da... Sie sind stärker, als ich dachte. Du musst aus der Erde sein. Warum kamst du hier? Warum würden wir dir sagen? Wir... Wir sollten besser gehen gehen, Gohan. Genau. Okay. So, Sarbonne gebe ich jetzt erstmal andere Objekte. Der behält diese Objekte bestimmt nicht. Die er jetzt drinnen hat. Wisst ihr was? Ich gebe mir auch ganz ehrlich mal Key Plus 15. Einfach weil ich es jetzt habe. Also von daher, wenn ich es schon habe, kriege ich das auch. Dumm, 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 dumm. Gurrids-Angriff Plus 10. Das da. Abwehr. Und dann kriegt er auch Geschwindigkeit Plus 15 übrigens. Weil, den werden wir sowieso nur in dieser Saga spielen. Danach werde ich ihn nie wieder anrühren. Und nach der Saga kommt eh die letzte Saga. Und dann ist dieses LP auch schon leider beendet. Aber, kann man halt nichts machen. LPs enden dann halt irgendwann mal. Und ich habe das ganze LP dann echt beendet, bevor ich überhaupt eine... bevor ich ein erstes Part hochgeladen habe. Jihihi. Yeah, und los. Dodoria, nobody needs him. Hoffentlich. Nicht, dass ich mich jetzt doch noch brauche. Und jetzt total verkacke. Ich bin sauber. Oh, jo, ich bin schön. Und ich rieb gerade aufs Maul. Yes, on go. Ja, ja, und ja. Man könnte es auch Höchstkrafts-Sprint nennen. Aber warum sollte man? Wieso? Wieso sollte man es so nennen? Oh! Also, son go. Ich bin enttäuscht von diesem Angriff gewesen, ne? Oh! Von hinten, son go. Jetzt. Da war das eh so eine kleine Schwule. So ein bisschen schwul. Ah, von hinten. Ah, wie geil. Ey. Jetzt treff doch endlich mal. Und hör auf zu blocken, so ein Gohan. Steht dir nicht zu. Sternenschnuppe. Oh! Huh? Zack. Hoch mit dir. Ach, komm. Wie hast du dich jetzt so schnell um... Are you kidding me? Yes, you have to be kidding me. Au. Vergiss es. Wie kämpft er eigentlich in seiner Transformation? Yeah. Transformation. Und eleganter Blaster. Auch. Oh! Warum fliege ich da jetzt einfach weg? Komm her. Er kämpft um einige schneller. Hast du eine Verwandlung an sich, wa? Kick his ass. Komm. Was kann ich denn so? Warum kann er eigentlich nur solche Scheiße und nicht irgendeine Explosionwelle oder so? Hoch. Äh. Und runter mit dir. There you are. Tja, jetzt kannst du mich nicht mehr nur mal schlagen, Krillin, ne? Dumm, ne? Das ist mir zu langsam. Ne. Tschüss. Ich bin wieder schön. Wieso ist das Ding weg? Äh. Sternenschnuppe. Ah. Tja. Spür mal den heiligen Sternenschnuppen, Krillin. Hä? Ey, ich wollte ihn eigentlich mal umtreten, aber auch okay. Nein. Krillin. Was kann ich denn jetzt? Müller Sinn. Das hört sich doch schon mal geiler an. Was? Wieso habe ich jetzt nicht damit getroffen? Äh. Wieso? Warum hat der denn jetzt nicht geschlagen oder so? Tanz des Blutes. Ich, 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 ich. Spür diesen Tanz des Blutes. Das geht aber arsch viel ab. A little help here. Are they kidding me? Komm, Son Gohan. Du kriegst weg, Tanz des Blutes ab. Au. Wie konnte das jetzt passieren? What the fuck? Äh. Komm, mach mal Senko, Son Gohan. Okay, wie du willst, Son Gohan. Dein Ende. Wie du es verdienst auch. Bam. Ich bin Sabon. Scheiße, Mann. Und jetzt noch. Boah, war das knapp. Und Krillin ist dead. Yeah. Und kein Level-Up. Erdenshaft. Was will man machen, aber ich trinke erst mal was. Against the combined onslaught of Sarbon and Dodoria, Gohan and Krillin stood little chance. In the end. The two were captured and questioned. Hey Slick. Where's Vegeta? You could find him, right? Well, well, äh. Hehehehe. Spit it out, or you're in for a word of pain. Hehehe. Okay, we'll find him. The Krillin struggled to defend the energy of a traitorous Vegeta. Oh, wir sollen jetzt auch noch Vegeta ausspüren. Alles klar. Aber ich habe mir Krillin in diesem Kampf. Ich bin hübsch. Ja. Wie sieht es aus, die Krillin und Sarbon fliegen gleich und ich bin voll vorbeigeflogen, aber du, Doria fliegt voll doof. Sabon möchte fliegen wie Superman. Und der kann das halt auch. Dank Krillinsfähigkeit, eine Energie zu spüren, Finn, Sabon und Dodoria, Vegeta. Sorbon? Was? Too bad, Vegeta. Dank an den Erdlingern, finding you was easy. Hehehehe. Ich hoffe, du bist bereit, du stupide Monke. Ha. Du möchtest, dass du in der Schadung für die Schadung für immer leben möchtest. Mit den Dragon Balls, sogar du, Dimwitz, könntest du das Universum regieren. Wir können? Shut up, Vegeta. Komm, Dodoria. Rr-right. Alles klar, hallo, Krillin. Du regest das mal schnell mit uns. Mit dir kann ich besser kämpfen als mit Sarbon. Halt. Und das ist gut, so. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Komm her, Vegeta. Vegeta. Warum? Was passiert hier gerade? Wow. Vegeta, versuch es nicht. Bringt ihr nicht. Wow. Kann ich auch. Aber meins trifft natürlich nicht. Warum sollte meins auch treffen? Ist doch hier Vegeta, der immer trifft. Von daher kann ich nichts gegen ändern. Also halt draufhauen. Und es nochmal versuchen. Yeah, man. Wenn hier halt mein blaues Licht reinlaufen, kann ich da nichts für. Was? Au. Nee. Haha. Und fliegt. Zack. Zack. Aua. Und? Nein. Oh. Wow. Genau, das wollte ich gerade aussagen. Wow. Und runter mit Vegeta. Ich wollte gerade Krillin sagen. Und Destructor-Disk. Spür sie. Und fall da durch. Und hier die normale Destructor-Disk. Miau. Häu. Häu. Und bam. Er ist tot. Vegeta hat fallen. Wo ist Krillin? Krillin war zu stark. Da da da. Und Sabon und Krillin haben ein Level-Up. Hm, das gefällt mir. Gegen die geballte Kraft von Sabon und Todorio kann selbst Vegeta nichts ausrichten. Das war's. Hm, du Böse. Obwohl, er hat einen guten Punkt gemacht. Wir könnten die Dragon Balls nutzen, um zu übernehmen. Hahaha. Eterne Leben. Und... Eterne... Beauty? Hä? Was ist falsch, Sabon? Nichts. Wir können die Dragon Balls suchen. Let's go, Todorio. Nachdem sie mit Vegeta-Felsen suchen, Sabon und so weiter nach den Dragon Balls. Ja, Leute, aber ich würde sagen, ich spende jetzt hier meine Aufnahmesession. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.